herzlich willkommen hier wieder bei let's play together mit mod for all yo baby yo yo yes baby yes baby los geht's hier so guckt ihr uns zu über die schultern wie wir in den abgrund nichts das sind höhlen was auch immer es nennt sich nähter gehen genau ich bin immer noch so glücklich über unser lager endlich ein lager endlich funktionierendes und ziemlich einfach und billig gehalten ich mache mir auch ein paar ein paar ich nehme unseren letzten müssen wir wieder was kräft müssen wir wieder was durchschmelzen hier ja warte ich schmelze gleich was durch da wieder falsch rum gemacht wir müssen uns ein bird anchor machen damit die chance auch geladen werden wenn wir nicht da sind auf jeden fall es geht nämlich in den abgrund die hölle wir gehen in die hölle lava holen wir gehen unser ende in nahe von mir was können wir gehen okay das ganze ein bisschen bisschen action wir überholen ihn hier mal ne vollgas drück strg während fliegt zu mich an ja gar nichts gesehen ja du musst den zoom von der tasenpflegung runternehmen das ist der boost key mit dem kannst du schneller fliegen die ganze zeit an die türen hängen was das eben ist aber dann gehen wir mal hier ein wegpunkt hast du es gibt ja hier irgendwo dann hat sie geheißen so eine boah hier wird irgend an mich geschossen eine 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 purg oder was nennt gehen wir die burgplündern ich muss erst mal hier den komischen komischen komm her du Mistvieh bist du denn jetzt hier unter dir unter dir hinter dir unter dir genau da rum ist die burg da 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 drüben box wo ist das bb40 Daaaah Ah, ist das Baby Wo bist du? Da hinten, neben dir, schau rechts 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 Rechts, hinter der Lava Da guckst du mit Da hinten? Da hat sich schon Blaseroads, yeah Ah geil Ich habe Looting auf meiner Maschine Ah, ich brenne schon Ich habe nichts zu essen Ja, hol den Kartoffeln Cool, da muss doch hier irgendwo auch die Blazeroads also der Spawner sein, oder? Ja, ich weiß nicht, da wird es wahrscheinlich vielleicht innen drin sein, oder so Ach, hier von den Erzen könnten wir da eigentlich auch mal was mitnehmen, oder? Ja, von diesen gelben haben wir schon ziemlich viel, das ist dieses Pyrit, glaube ich Achso, ja das rote, das wär mal Ja, da bekommst du dann teilweise Redstone raus So, hier haben wir... Oh, cool, ich weiß nicht, wie das aussieht Soul Sand Wand Soul Sand Entweder hat das absichtlich jemand gemacht, oder das ist sogar gespawnd Ich nehme gerade mal Soul Sand mit Aha Ja, ich auch Ich bin ein Fuchs Vielleicht finden wir ihn ein bisschen netter war es noch Ihr wichst ja Ihr wichst ja Ihr wichst ja Ihr wichst ja Ihr wichst ja, wollte ich sagen Piep, rausgeschnitten Nix raus, nein Nochmal von neu Also, ja, Soul Sand Farben, ihr wisst ja Ja Ich habe einen Spawner gefunden von dieser Blazeholtz Ah, ich komme Ich komme Ich komme Nein, Mami Wo bist du? Da Um die Kurve Ja Hier gehts gerade heiß ab Ich bin gerade am Verrecken Nein, ich brenne Ich bin nicht, wo ich bin, man hat wahrscheinlich gar nichts gesehen, aber Ihr seht ja Ihr seht ja Ihr seht Wie ihr seht Ihr seht nichts Genau Looting 2 ist natürlich Uhhh Ich habe noch 0 Blazeholt, ne 1 Äh, ich habe 0 Ich habe 1 Ich habe 0 0 ist besser wie nix Oh, da Ohohohoh Danke Ich brenne schon wieder. Ich brenne und stehe im Feuer. Oh nein, ich habe ein bisschen Angst. Oh, ich habe schon drei Play Slots. Ich eins, deswegen... Den letzten Schlag musst du immer du machen. Ich stupse die Hand und du schlägst die Kau. Genau. Was hast du überhaupt für ein Schwert? Diamantschwert. Ich auch. Schau. Du denn zwei? Nein ich habe sie nicht wieder. Es kommen wahrscheinlich zwei wieder. Der Überraschungseffekt. Oh, ohne gebann. Oh, ohne gebannen. Kebabung, 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 Kebabung. Ich hab sechs. Zwei. Placeroids. Zwei. Könnt man dann aber irgendwie zubauen oder so? Immer abhauen die Viecher. Ja, könnte man machen. Doch wir stehen hier und singen. Sie kommen von nah und fern. Wir haben sie alle gern. Komm auch du, greif zu. Unsere Placeroids sind der Clou. Oder ist das ähnlich? Ey, du kannst dich ja nicht allein lassen mit den Dingern hier. Ja klar kann ich, siehst der. Wo sind die denn, wo sind die? Oben. Der ist abgehauen. Siehst der will. Siehst der, wie ich dich allein lassen kann. Ja ich merk das schon. Merk das schon hier, du bist ein ganz fies... Ganz ein fieser. Ein fieser Fiesling. Da ist noch eins. Noch eins von diesen Dingern. Im Flug eingesammelt. Ey, da hast du mich voll ausgebaut hier du. Na du Melmetal. Okay. Wird dir doch da gefallen hier. Oh, schon wieder. Ich werde mich jetzt hier hin und warte. Ich kann nichts anderes machen wie Watten. Nein. Please wait, hold the line. Ich könnte mir was zu trinken vertragen. Mein Hals der ist so trocken. Ich habe durst wie eine Bachforelle. Ja, der Vorteil ist, dass die nie an Durst stirbt. Ich habe aber Durst wie eine Bachforelle. Ja du, das ist nicht so schlimm. Halt dir so eine... Halt dir so eine... Ich so... Mach, dann kommt dir so eine piste zur Hand. Da staubts raus auf dem Mund, ey. Ja, der baut gemütlich da das Ding zu hier. Wir gehen mit der Lavazelle. So. Sechzehn Stück. Sechzehn Stück. Wie glaubst du denn? Drei. Na ja, machen wir nur einen und dann... Ja, ich mach mal hier einen Wegpunkt, ne. Ja genau. Dann holen wir nur Lava Zellen. Weil Lava ist sehr wichtig. Große Verbrauch an Lava. Große Verbrauch, du darfst, ne. Biothermalgenerator macht viel Lava kaputt. Viel kaputt. Viel kaputt Lava. Ey, ich hasse diese Dinger, ey. Fink kaputt. So, jetzt reicht's mir. Ey, ey. So, ich hab jetzt 20 Stück. Jetzt reicht's aber auch hier. Jo. So. Wir holen mal ein bisschen Lava holen. Dahinten geht's zum Spawn. Ne. Da. Hm, Spawn geht's da lang. Da lang geht's zum Spawn. Hier lang geht's zum Spawn. Da unten ist Lava. Ne, ich geh grad mal hier unten hin. Da ist überall schon. Die Selby Davies. Hier haben sie überall schon geplündert. Überall. Ja, der Wahnsinn hier. Ich glaub, die Leute scheinen alle viel Lava zu brauchen. Ein wenig, ja. Nein. Hier kommt meine Hebers da raus. Da hinten steht hier so ein Zombie-Pigman einfach mal so in der Lava. Ganz gechillt. Voll gechillt, ey. Das interessiert den Karm-Neder. Ich hab hier Angst wie Sau und sneak genug hier rum, damit ich nicht hier runterfalle. Ne. Der Zombie-Pigman. Der Zombie-Pigman. Der bringt mal an die Kiste. Der bringt mal an die Kiste. Ja. Den juckt das nicht. Irgendwie... Oh. Komm ich heut nicht, komm ich morgen. Genau, steu ich heut nicht, steu ich morgen. Uff. So nach diesem Motto eben. Lava ist... Lava... Ne, da ist echt nicht mehr. Ich bin schon so oft hier gestorben. Oh Mann, ey. Ja, genau. Das hab ich noch gar nicht gesehen... Gesagt. Gesehen. Sehen hast du's noch nicht. Ich bin auch schön verreckt. Hab mein Advanced Lab weg und zu verloren. Machine Diamond Will mit Glück. Ja. Da hatte ich halt kein Glück. Aber... Haben schon alle abgezapft. Hier krieg ich glaub ich nix mehr. So, ich denke mal, ich geh mir wieder zurück, oder? 30 Lava-Zellen hab ich. Das ist schon ein bisschen was. Du mithör. Oh, stopp. Das wird mir hier ja alles ein bisschen zu feurig. Schön langsam, ey. Naja, ey. Die Brands an jeder Ecke und... Ah, okay. Den Stack mal einer voll mit Lava-Zellen und dann... Geben wir nach Hause. Ich geh jetzt schon. Du machst den Stack. Ich hab... 30 Stück, das reicht. Wir können ja nochmal bei irgendeinem anderen User mal vorbeigucken. So Überraschungsmoment machen. Ja, äh. Wer ist denn online? Der Typ da, Nylod. Lass... Ja, lass mal bei Nylod vorbeigehen. Ja, kann man machen. Von mir aus. Geh schon hier im Spawn. In der sicheren Area. Warte auf dich. Gleich. Wir haben noch 15, 14, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 0 und... Ne, doch nicht. 3, 2, 1, 0. Go. Go, 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 go. Ich komm schon. Hört ihr? Mich reizt das ja schon, hier die mal zu hauen. So blöd wie die gucken. Ich will den einfach mal so voll... So... Mit... Wen? Ah. Ja, hier den Zombie-Pigman. Wo bist du denn jetzt? Oben beim Spawn. Ja. Ich bin schon im Spawn. Ah, du wüsste. Dann machen wir mal so, so. Guck halt, hast du alle gegen dich. Schau dir nicht. Ich schau dir nicht. Ich schau dir nicht. Ich geh schnell. Ich geh schnell. Ich geh schnell. So, Nylod, Nylod, der ist sogar bei uns noch auf der... Äh, ja, da haben wir gar nicht weit. Hier ist Zoti. Da ist, da ist noch Frey bei uns. Da sind wir. Da ist Zoti. Und da ist Nylod. Der Gaylord. Unser guter Gaylord. Ey. Ach so, das war... Oh, ich habe immer noch Zoomen, das muss ich unbedingt umstellen. Ich zoome hier, wir voll den... Klatsch. Äh, okay. Ja. Okay, hier geht's natürlich echt ab. Ach du Scheiße. Ey, der Nilo, der geht durch mal hier. Ey, wie soll ich jetzt in die Bude rein kommen? Ich geh hinten, glaub nicht. Ah, Hilfe. Sich selber an. Nee, das hatten wir alle schon mal. Das hatten wir alle schon mal. So, die ganzen Vieh hier, die Explosion. Träumen schlecht, nicht träumen. Träumen nach schlecht, das hatten wir alles schon mal. So, schnell rein bei Nilo. Tachy. Jetzt guck mal, was der so verbrochen hier hat. Ach du Kacke, ey. Ach so, der hat sein Hausarbeiter. Unser Nilo, unser Nilo. So. Also. So. Bitte nicht stören, ne? Also. Boah, guck mal hier. Alter, der schaut nur zu bei'n Kacken hier. Hahaha. Ich setz hier in die Badewanne. Iiii. Ich setz in der Badewanne. Oder auf der Badewanne. Ey, der setzt nicht zu mir in die Badewanne. Oder auf die Badewanne. Oh, hier. Hände waschen. Das ist eine unendliche. Boah, ist das laut. Ich muss raus hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das laut. Ja, unser Nilo hat auch schon einiges gebaut. Nilo, Nilo Games Forever. Genau. Auf Youtube zu finden. Aha. Bist nur da. Oh, was hat er hier? Ah, guck mal hier, was ist das hier? Aha. Was ist das? Sieht cool aus. Weil ich Bilder da haben oder so. Ach so, ja, ja, da kannst, nee, da kannst du richtig drauf machen, da kannst du das rausnehmen. Okay. Es ist so einfach so. Äh, okay. Was denn? Also, nichts zu verdrehen, ne? Nein, auf keinen Fall. Äh. So, immer schön zum Vorcraften. Es ist halt ein kleiner, faule Hund. So. Was ist das? Highlight extra für dich. Du wirst so, jetzt auf ich natürlich hier so. So, rückwärts, rückwärts. Du wirst von mir getebeutelt. Haha, voll getebeutelt. Nilo, du weißt was los ist. Er wird getebeutelt. Ungefähr so. Aber ich finde dich nicht. Ah. Ey, weg. Ich hab dich getebeutelt. Ach, hier geht's noch hoch. Hier geht's noch hoch. Hier geht's noch hoch. Ja, nur mit Shitpacks. Hier geht's noch weiter hoch. Ey. Ey. Da hinten. Ich wird mir direkt hier begrüßt. Hallo, hallo. Okay. Mhhh. Ah, hier ist er gerade am Ausbauen. Oh, scheint er. Ah, er baut sich. Was das wohl gibt, das sieht ganz nach einem Coke-Ofen aus. Voll der Coke-Saner. Dann lassen wir ihm noch ein kleines Geschenk hier. Ich würd sagen, wir bauen dann noch hier so ein... Ich helfe ihm. Was baue ich denn? Ich muss ihn da auch... Irgendwas muss ich mal... Ich proben das schon mal. Bauen wir das hier in der Bar. Bauen wir das auch noch zu ihr. Dann verschwinden wir schnell. Komm. So. Wo bist du? So, schnell weg. Oh. Er baut natürlich direkt wieder... Ich hau ab. Das ganze Monster hier. Da krieg ich Albträume. Und jetzt wieder... Oh, ich hab wieder gezoomt hier. Das ist ja wie so, wie so, wie Lichtgeschwindigkeit. Mhhh. Ahm. Ja, warum bin ich... Runde hingekommen. Ich hätte auch einfach hier an der Seite lang gehen können. Stimmt. Das ist ja gar... Ey. Der Hund. Ich krieg dich. Ich krieg diiiiich. Ach. Jetzt hab ich dich. Ich hab die Haltete Publik kaputt gehauen. Ah. Oh, jetzt hab ich die kompletten Boden hier aufgelistet. So. Denn unser Leiler, der muss manchmal gern glauben. aber wie auch jeder spielt hier jeden streiche das muss einfach so sein so wie das schon wieder hier gehört einfach dazu dazu dann denke mal ein schöner interessanter nichtsloser sinnloser so was muss auch mal sein ausflug hat uns ein paar laber zellchen so gut muss auch mal sein man kann ja nicht nur immer bauen 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 da muss auch mal ein bisschen ist man ein bisschen herr ok man leicht man kann das sogar da rein stopfen was denn wohin macht er das wenn ich da was ja wenn ich hier aus dem damit was rausnehmen kann ich auch wieder rein tun wo bist du hier oben beim terminal gut stand bei mir und ok er war es rausnimmst kannst auch rein tun wieder natürlich kannst du das rein tun wieso sollst du das nicht rein tun können also ich dachte dass das nicht klappt aber wenn ich 64 Quarztast rausnehme zeigt er mir keinen Quarztast mehr an obwohl wir 321 drin haben ne der verschiebt das nur weil du auf nummer von item sortiert hast du musst auf item name sortieren dann ganz links oben das das ist cool da links unten bei der anzeige blinkt alle drei alle vier alle vier das hatte ich auch noch nie schön was futtern nebenbei genau ich will dir noch ein bisschen kartoffeln ins gesicht hauen mir deine hohlbirne hier nochmal da klatschen so ja dann würde ich sagen war es das und schaut wieder rein genau stay tuned und bis zum nächsten mal tschüss